Guten Morgen, es ist Abreisetag. Wild, wild, west! Geil der Rätsel. Es ist kurz vor sieben, wir hoffen, dass wir in zwei Minuten loskommen. Und uns erwartet wahrscheinlich schöner Verkehr, Morgenverkehr. In San Francisco. Wir haben jetzt dreieinhalb Stunden Zeit, um unseren Camper abzugeben. Wir kalkulieren, dass wir jetzt zwei Stunden brauchen. Und dann haben wir noch in Ruhezeiten, wirklich auch den Camper auszurollen. Unsere Koffer zu packen, um dann irgendwie in unser Hotel in San Francisco zu kommen. Jetzt werden wir zur nächsten Zugstation gefahren mit dem Minibus hier. Unsere ganzen Sachen sind drin. Und dann sollte uns der Zug 30 bis 40 Minuten bis in die Innenstadt bringen. Ich weiß gar nicht, ob wir umsteigen müssen. Zumindest, sagen wir, es ist mittlerweile elf Uhr. Vielleicht sind wir um zwölf, halb eins, sind wir dann bei uns im Hotel drin. Vielleicht auch erst um eins, das sehen wir dann. Und dann müssen wir uns aber eigentlich sputen, weil wir haben einen Termin. Wir wollen einen Tag. Wir haben es geschafft. Wir stehen am Gleis. In vier Minuten kommt unsere Bahn. Genau, in vier Minuten. Knöpfchen. Und dann sitzen wir im Zug und dann, hoffe ich, haben wir einen Platz. Es ist nicht so viel los. Und dann geht es nicht dort. Es ist nicht so viel los. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich im Hotel angekommen. Und der erste Eindruck von San Francisco. Also extrem viele Obdachlose, ja. San Francisco. Und schon die erste steile Straße. Was meinst du, wie viel Prozent wird es dir hier geben? 15, 18? 20. Es ist super warm. Ich schwitze etwas. Und jetzt geht es weiter Richtung Fähre oder Schiff. Alcatraz ist calling. So, jetzt stehen wir in der Schlange. Es ist eine absolute Massenveranstaltung hier. Und ich glaube, alle 30 Minuten startet ein anderes Boot. Aber trotzdem bin ich sehr, sehr gespannt. Wir haben so ein kleines Buch bekommen, wo es alle möglichen Informationen gibt zu Alcatraz. Und es sind tatsächlich, einige haben es geschafft, sind ausgebrochen. Ja, das ist eigentlich nicht. Die komplette Obdachlose ist eigentlich. learningsize reviewed. Alcatraz, wir sind da! Wir sind da oben, jetzt geht es rein. Main Prison Sellout. Das da hinter mir waren die Duschen. Hoffentlich gab es heißes Wasser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat dir gefallen. Wenn du dir noch mehr anschauen willst, dann habe ich auf der einen Seite mein Abo und hier noch ein paar Videovorschläge. Hast du dir auch schon die anderen Teile angeschaut von unserer Reise Wild Wild West? Dankeschön.